Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. In der letzten Folge waren wir im Vortex Club, haben Nathan gesucht, der wohl nicht da ist und Mr. Jefferson wollte zum Schluss eine Ansprache halten. Und wir hören jetzt mal rein, was er zu sagen hat, kurz bevor wir die Party verlassen wollen eigentlich. Vielen Dank. Und der Winner ist, oh mein, was a shocker, Victoria Chase. Oh mein Gott! Thank you so much, Mr. Jefferson. It was your incredible photography that brought me to Blackwell and I hope I can live up to your name and fame. I also want to thank all the students for being so dedicated in their pursuit. And I'd like to dedicate this prize to Kate Marsh. She is the real everyday hero of Blackwell. And I can't wait for her to come back. Thank you. You suck, Victoria! Victoria won. Big surprise. I can't believe she blackmailed Jefferson. But, yes, I can. Who fucking cares? Rachel is still dead. And I want Nathan's punk ass. Now. Me too. Let's go check out the dormitories. Oh Christ. Nathan just texted me. He says there won't be any evidence left after he's done. Shit. We have to go to the junkyard right now. Hä? Siehst du, der war im Bunker, wa? Hat das mitgekriegt. Ich sag doch, alles wegräumen. Stopping around, Chloe. Right. Just get ready to use your rewind fast, if Nathan tries to jump us. Maybe we should have called the police. Ja. Find ich auch. Wir hätten einfach die Bullen rufen sollen noch. Sie sind Unterstützung. Was? Hättet ihr vielleicht folgen sollen, wa? Ah, Ratte! Ähm... I'm sorry, Rachel. Rachel? Rachel, wo bist du? Ich hab mich verlaufen. Irgendwo bestimmt dann. Rachel? Hello? Nope, I don't want to go there. Okay. Lass dich nach rechts irgendwo an. War das nicht hier oben? Irgendwo? Toll, ich hätte hier einfach hinterher laufen sollen. Aber nein! Die wieder woanders lagen. Ach, da... Oh, was willst du? Willst du mich verkackern? Ja, ich bin schon hier, siehste. Ich bin schon immer rumgelaufen. Der ist nicht da. Ja, für dich kam ich schon hier, Skinner. Außer die Ratte. Kann ich hier... Okay, kann ich spulen. Bosskampf. Gott, ich will das kleine Psycho töten. Hey, ich kann nicht fokussieren, wenn du schreitst. Please. Genau, ich werde dich so lange umbringen, bis du tot bist. Max, please hurry. Oh Gott, Max, look. She's still there. Natürlich. Don't look, Chloe. Wenn sie das ist. Wow. Spül zurück, spül zurück. Schnell. Ich kann nicht, ich hab's versucht. Ich hab versucht, schon zurück zu spülen. Es ging nicht. Da ist der Rand rot geworden, wo ich angefangen hab zu spulen. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's nicht. Hätte ich das zurückspülen können? Ey, wie ist das jeder von euch jetzt? Wer ist gegangen? Das sah nach Frank aus, oder? Ah, Mr. Jefferson, ich hab's geahnt, dass der Vogel da mit drin steckt. Das war super. Darkroom Erfolg. Episode 4 beendet. Boah, Scheibenkleister. Das ist doch Müll. Das ist totaler Mist. So, ähm. Wir können ja nochmal durchgehen hier. Du hast, äh, Chloes bitte abgelehnt haben. Oh, 4, 56% sind der bitte nachgegangen? Okay. Äh, du hast wollen davon abgehalten, Nathan zusammenzuschlagen. Okay, 60% waren die meisten meiner Ansicht. Äh, Chloey hat Frank verwundet. Oh, nur zwei. Niemand wurde verletzt. Es ging? Ja? Okay. Haha. Chloey hat Frank getötet. Okay, das wär auch gegangen. Krass. Äh, Viktoria nahm deine Warnung ernst. Oh, haben 71% auch gemacht. Gott, find ich ja gut. Du hast den Bunker, was? Ne, du hast den, den Blau äh, her gerettet. Ach, den Vogel. Der ist okay, okay. Am 45%, du hast dir, das Vogelnest nicht angetastet. 93%, du hast David's Code gefunden. Echt, 54%, 50% haben die nicht gefunden? Echt jetzt? Okay. Kate hat, äh, dir geholfen, Nathans Zimmer zu finden. 60%, super. Du hast Daniel nicht überzeugt, die Vortex zu gehen. Okay. Wäre das wichtig gewesen? Fragezeichen. Also, ich würde mich mal interessieren. Du hast eine Nachricht auf Warrens Telefon hinterlassen. 20% Wow, waren auch nicht so viele. Du hast Nathan's Spin nicht gehackt. Ich hab den Sicherheitscode genommen. Das war clever, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Du hast, äh, Alyssa geholfen? Jo, das haben wir. Damit müsste jetzt, äh, Episode 5 beginnen. Das ist die letzte Episode der, des ersten Games von Life is Strange. Oh, fuck. Jetzt sind wir dran, ey. Please. Doch, tüse. Alter, war das scheiße laut. Dabei hab ich eigentlich eine Begrenzung drin. Wow, Episode 5. Wollen wir gleich rein starten? Wir starten rein. Okay, kann ich nicht. So, jetzt, fortfahren. Nochmal einen kleinen Rückblick für alle. Wow. Was hast du gefunden? Rachel in der dunklen Raum. Über und über. Das ist es. Wir können niemanden nur noch jemanden. Except einer. Du wissen mehr über sie als ich. Nein. Du und Chloe denken dir, du wissen mehr über sie als jemanden. Wie alle junge Menschen. Oh, guck. Die Wunder Twins. Was macht ihr in meinem dorm? Du bist so fucking tot. Nathan ist wirklich psychisch. Ich weiß, er hat etwas zu tun mit Rachel missing. Kate war nicht die erste. All diese Binders sind mit anderen Vizepräsen. Was machst du hier hier, Max? Victoria muss sich next sein. Was ein Lame gimmick. Rachel, warum er sie in der Erde putt ihr in der Erde? Wo? Der Junkyard! Max, wir müssen den Platz finden, jetzt! Rachel, warum? Ich bin sorry, Chloe. Ich bin so sorry. Ich weiß, dass du zu Nathan nahm, aber dein Leben ist in sehr gefährlich. Nathan hat mir gerade gebeten. Er sagt, dass es keine Begründung gibt, nachdem er es fertig ist. Oh Gott, Max, schau mal. Sie ist noch da. Nein! Chloe! Wie? Was? Shit! Wie gesagt, ich hatte da schon ein ganz ungutes Gefühl bei dem Typen, ey. Ah, das ist so ein Mist. Mich würde es halt mal interessieren, ob wir das hätten verhindern können. Aber ich glaube nicht, weil Episode 5 wird wahrscheinlich ja genauso anfangen. Also hätten wir das bestimmt nicht verhindern können. Oh Gott, wo bin ich? Bin ich im Bunker? Ja, das sieht so aus, ne? Square Enix! Ja, auf jeden Fall der Bunker. Fuck, Rachel ist tot. Okay, wenn ich einen massiven Zeitsprung zurück mache, das wäre richtig geil. Life is strange, Episode 5, Polarized. Apologized? Mein Englisch ist kacke, also. Verzeih jetzt mir. Oh, mein Kopf, Alter. Ach, Rachel, ich habe ja schon gesagt, Chloe ist tot, ja. Ah, fuck, das System, Alter. Kann nichts zurückspulen. Ein bisschen umsehen. Ja, ja, klar. Und sage ich, da ist so viel Platz, da kommst du raus. Oh, da liegt noch wer. Liegt wer? Ich wusste es. Victoria! Victoria! Wake up! Wake up! So ne Scheiße! So. Ich versuche nochmal den rechten Fuß zu lösen. Yes, Baby! Nicht jetzt irgendwie noch. Naja, die Spritze wahrscheinlich, wa? Zieh her. Ne, nicht ansehen. Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwas noch machen. Guck, naja, guck's dir an. Spritze. Äh, die Frage ist halt dann, ne, ob das Nathan war oder ob das, äh, in Kombination... Warte, warte, was steht da? Ah, können wir uns zurücksetzen? Warte, ich hab's gleich, hab's gleich. Aber das ist der einzige Weg. Warte, hab's gleich, hab's gleich. Oh, das ist großartig. Yes. This angle highlights your purity, see. The slightly unconscious model is often the most open and honest. No vanity you are posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Stay still! Halt dein Maul. Wollte ich nochmal gesagt haben, ja. Der ist voll fies, ey. Ich dachte, sie sind cool. Oh, Max! Du hast mich verbringst. Oh. Aber bitte, nicht mehr worry. Wir haben immer mehr Zeit in der Welt. Aber für heute. Ich wusste, du warst speziell, die zweite, als ich dein erstes Selfie gesehen habe. Ja. Ich liebe das Wort. Aber ich liebe das Wichtigste von deinem eigenen Bild. Nicht wie Rachel, die immer in den falschen Bereichen schaut. Poor Rachel. Wait. Ich versuche das Angeln. Don't move! Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows. And an eye for a whole lot more. As his elite family will find out. Along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, I feel his eyes. Psycho. It's just too bad. You're so goddamn nosy, Max. Mal gucken, ob wir auch zurückspulen können. Aber nein. I missed you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork. Not private detecting with your little friend. Chloe. 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 Yeah, I'm sorry that I killed it. That Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised. Or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. I can't do anything. Max, please don't move so much. I need you posed and framed. My way. Maybe a new dose will come. No, no. 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 Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. Ich kann nicht zurückspülen. Mann! Okay, das Spiel müssen wir nochmal machen. Oh, Jesus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ich bin so verrückt. Wollen wir es nochmal probieren? Kamera? Foto? Was können wir mit der Kamera machen? Auf jeden Fall. Wie denn? Wer geht? Bitte? Die Frage ist, ob wir uns von den Fesseln lösen können. Doch das Bein rechts ging. Mhm. Mhm. Der Winner, Max. Ich wähle dich. Du, dein Portrait. Fuck you! Du hast zu viel versucht. Ich weiß, du hast Angst. Du hast den gleichen Dough-Eyed look, wenn du hier wachst. Du bist die Angst geschehen als du herausfühst. Herr Jefferson, warum hast du das gemacht? Oh, Max. Ich bin so glücklich, dass du diese Frage hast. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment. Innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux-punk sluts in my Seattle days. Sie haben Chloe getötet, fahren Sie zur Helle. You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense. But that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. Man Angst ums Leben hat, naja. It's better when they don't know. Like pure, sweet, Kate. Blah, 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 blah. Kate hat überlebt. Kate believed. And she survived. You failed to break her. She's stronger than ever. And she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Sie haben Nathan benutzt. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Oh. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. What's that? Chloe and Rachel. You killed both of them. They're fucking together in heaven right now. Is that what you want to hear? Why? 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 Start listening to me, you dumb cunt. I'm sorry, Max. That was not cool. Let's see if that's just someone interessiert. Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway. So look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good. Because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No! You didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject. Like father. But not like son. Where is Nathan now? Dead and buried. After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're going to die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your workout. Get out. Alone with a heart. Ja, Leute, und ob wir uns befreien können und ob wir den platt machen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Life is Strange. Alter, ich bin jetzt schon wieder baff. Nathan ist auch tot. Alter, ist das ein Bastard. Ja, den werden wir fertig machen. Am besten skalpieren, quälen, alles abschneiden, was abzuschneiden geht, was wehtut. Ja, das werden wir tun. Hoffe ich. Jedenfalls. Ja, aber ob wir das machen können, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Life is Strange. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann verpasst ihr keine zukünftigen Folgen. Und unterstützt natürlich mich und meinen Kanal, weil ein Abo ist umsonst für euch, kostet euch nichts. Haut rein, bis zum nächsten Mal.